Ich sag mal so, wunderschönen guten Abend oder sagen wir mal, gute Nacht, 1.45 Uhr, aber ich dachte, ich muss das Video jetzt hier noch fertig machen. Ich hab vor ein paar Stunden angefangen zu streamen und dachte, okay, ich weiß nicht, was ich zocken soll. Bin in Steam rein, Steam rein, in Steam rein und hab nach Spielen geschaut. Dann kam die nette Pinky, ganz liebe Grüße an Pinky und meinte, ey, check doch mal Stickfight. Hab ich schon nie gehört, sie meinte, es ist auf jeden Fall Gaudi zusammen, okay, Stickfight gekauft, runtergeladen und was das für ein Spiel ist, wer es kennt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es auch schon gezockt habt und wie ihr es fandet und ob ihr es mit mehreren Leuten gezockt habt. Wir haben das jetzt erstmal zu zweit gespielt. Ich fand es überkrass. Am Anfang dachte ich so, was ist das für eine Grafik, kann nicht wahr sein, aber hat über Spaß gemacht. In diesem Sinne, wie das Ganze abging und so weiter, kommt jetzt. Und genau, nach dem Video oder während dem Video, lass doch mal ein Abo da, ein Like, kommentiert unter dem Video und bis ganz bald in diesem Sinne. Ahoi! Du musst mich voll einweihen in die Materie. Hast du das Spiel schon gestartet? Ja klar, ist offen. Da steht jetzt Press every button to join. Soll ich drücken? Okay, ich drück jetzt irgendwas. Ich bin bereit. Oh shit! Warte mal, ich stehe hier unten. Ich renne da rum. Warte mal. Online. Achso, online? Renn einfach mal in online rein. Ja, ich bin in online drin. Ich bin einfach geil in online rein. Und jetzt? Okay, also ich bin dann in die Kiste mit Hot Match gesprungen. Du springst dann übrigens mit W. Ja, ich hatte es gerade drauf. Ich wäre, ey, übergeil. Okay, das ist saftig. Warte, ich habe gerade noch ein bisschen... Ja, Mann! Guck mal! Da bist du! Nee, was? Ey, hallo! Geht los? Hä? Wie schlägt man? Mit der Maustasse? Mit der Maustasse. Einfach eine Maustasse. Das Spiel ist überkrass, Mann! Nein, 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 nein! Nein! Du drehst durch! Ich brauche die Uzi! Ich brauche die Uzi! Das ist halt gar nichts. Das hat doch kein Ende, diese Runden. Wird ich kaputt? Wo sehe ich, wer gewonnen hat? Äh, die Farbe! Ey, das ist übergaudig! Mit wie vielen Leuten kann das zocken? Ich weiß... Ich weiß nicht. Ey, ta... Ich bin der Mann, glaube ich, zum 6 oder so. Okay, ist auf jeden Fall richtig nice. Ey, das mit 6 Leuten ist ja Eskalation. Was habe ich hier für eine Waffe eigentlich? Du schießt dann mit Schlangen. Oh, shit! Oh, shit! Ich muss noch länger aufbleiben, als du! Ja! Ich habe übergebt! Ach so, scheiße! Ich dachte eben, ich bin blau! Muss ich mit dem Mauszeiger auch auf dich zeigen oder einfach nur drücken? Einfach nur drücken! Ich muss kurz meine Stimme ein bisschen leiser machen. Die ist voll laut. Oh, er ist richtig geknüppelt hier! Oh, shit! Ey, du warst doch schon unten! Yes! Wie du dich hinterm Geburscht versteckt hast! Hinterm Geburscht auch! Hinterm Geburscht! Aber schade, dass es keine so... Äh... Ding gibt. Nein, ich häng! Nein, Mann! Dass es keinen kompletten Spielstand gibt! Okay, wie viel Level gibt es dann? 10 Millionen? Ganz viele! Also, das hört nicht auf! Erst wenn man quasi selbst beendet wird, auch. Nein! Ich bin in den Laser reingezwirbelt! Ja, Messer mit dem Radl doch! Oh, shit! Ey, warum? Wie hast du... Hä? Wie hast du das denn gerade gemacht? Ich sehe dich runterfallen und auf einmal kommst du hoch und klatscht mir eine. Ey, das müssen mehr Leute von mir installieren. Das ist so geil! Ja! Adios! Adio, Mexiko! Ich komme wieder zu dir nach Haus!